So zum Philips Man kennt ihn schon von einem anderen Youtube Kanal Ich darf das über der zweite Youtube Kanal sein Hier seht ihr auch das Gehäuse Komplett ungedämmt Soweit ich weiß ist auch ein Ponytrinentron ungedämmt Aber es gibt ja auch welche die gedämmt sind Soll ich jetzt noch aufträmmen hier Soll ich jetzt noch aufträmmen hier Leise hören kann man natürlich auch Tschüss bis zum nächsten Video